Sie springen und beten zu Gott, dass sie fliegen können. Weil sie nämlich sonst einfach fallen wie ein Stein und sich den ganzen Weg nach unten fragen, wieso zum Teufel bin ich gesprungen? Also hier bin ich, Sarah. Und falle. Und es gibt nur einen Menschen. Der mir das Gefühl gibt, dass ich fliegen kann.